hier liest wenn man jetzt jede zweite speicher hier schon aus klemmen oder ausmachen würde hat dieses spike die doppelte leistung es würde sinn machen zum beispiel hier es würde bestimmt ja hier gehen wir auf 3 6 das andere bestimmt würde auch schon sinn machen hier das ist der der da drauf ist da liegen also wie gesagt so was am besten natürlich wäre so ein 4 stabil muss er natürlich auch sein der ist auch schon mal besser hier haben wir 3 6 7 8 jetzt zeige ich ihnen das mal das mal also hier ist jetzt hier drauf der 180er und hier haben wir 3 4 6 hier sind schon 7 und dann nochmal hier sind das bestimmt 10 11 und der Sensor liegt können wir hier gucken er liest hier diesen abstand also würde durch eine andere bremscheibe die ist jetzt natürlich zu klein aber hier dieser würde schon sinn machen hier haben wir eben eine zwischen längere Zeit als hier und dann hat man ungefähr 50 mehr Power so und ist einmal sehr prübs so nett sind dann locker möglich